Hi, ich zeige dir, wie du zur Hochzeit kreative Geldgeschenke ohne Kleber machen kannst. In diesem Tutorial geht es um dieses sehr einfach zu faltende Herz. Links zu den anderen Motiven findest du am Ende und in der Videobeschreibung. Lege zuerst einen beliebigen Euro-Geldschein so herum vor dich hin und falte dann die lange Kante auf die lange Kante. Damit dein Geldherz richtig schön wird, empfehle ich dir, alle Faltkanten immer richtig gut festzustreifen. Als nächstes faltest du die kurze Kante auf die kurze Kante. Und dann ist dein Herz auch schon bald fertig gefaltet. Unglaublich einfach, oder? Falte nun die obere Lage an dieser Kante des Geldscheins nach oben. Dadurch entsteht schon mal die Spitze des Geldherzes. Schreib mir übrigens gern in die Kommentare, zu welchem Anlass du dieses Geldgeschenk verschenken wirst. Drehe deinen Geldschein nun so herum. Dann diese Ecke ein bisschen nach innen falten, sodass ein kleines Dreieck entsteht. Das wird die erste Rundung fürs Herz. Die gleiche Faltung wiederholst du noch mit den anderen Dreiecken. Und dann hast du ganz einfach und schnell ein wunderschönes Herz aus einem Geldschein gefaltet. Damit es ohne Kleber hält, empfehle ich dir, es über Nacht mit einem schweren Buch flach zu pressen. Und falls dir meine Faltanleitung gefällt, würde ich mich über einen Daumen hoch oder ein kleines Trinkgeld über die Superthanks-Funktion freuen. Und nun viel Spaß beim Geld verschenken oder beim weiteren Falten mit diesen schönen Tutorials.